Kann man den Leuchtturm sogar sehen? 1.19970-474 NorCal Approach, good afternoon Lufthansa 454 Super approaching 11000 Information Charlie Lufthansa 454 Super, NorCal Approach, roger departs San Francisco heading 140 Metro for the visual approach runway 28 left Lufthansa 454 departs San Francisco heading 140 Lufthansa 454 expect ILS 28 right Hat mich schon gewundert Auf der linken Seite. Richtig schick. So ist ganz gut. Lufthansa 454 Super, reduce speed to 230. Lufthansa 454, reducing speed 230. Lufthansa 454, reduce speed to 210, descend and maintain 6000. Lufthansa 454, reducing speed 210, descending 6000. Lufthansa 454, heavy, contact NKF 135.65, get it. 135.65, Lufthansa 454. Heading 140. Lufthansa 454 Super, NKF, reduce speed 180. Lufthansa 454, reducing speed 180. Flaps 1. Flaps 1. Flaps 1. Lufthansa 454, left heading 100. Lufthansa 454. Lufthansa 454, left heading 100. 2000. 2. Yep. Lufthansa 454, thank you for help, contact tower 120.5. Good day. 120.5, any day. Sky 6855. 100. Can you calm down. SFO and manual, get out. Then I'll make this too here. North Cal, RS 187, leveling 5000. Crossing Woodside 110 after Woodside. RS 187, North Cal Approach, roger. Silikon Valley 1.000 Silikon Valley 454 Super, turn left heading 040 454 heading 040 Naf ist noch armt Nordkow, RZ-187, leveling 5.000, crossing Woodside 110, after Woodside RZ-187, Nordkow, approach, roger Nordkow, Skyway 6840, 7.200 descending 6.000, heading 040 Skyway 6840, Nordkow, approach, cross your way towards the trail behind the Super A388 Was fliegt denn da? L-Star L-Star 454 Super, Decider maintain 4000, turn left heading 010 L-Star 454, heading 010, leaving 6 4.000 blue Yep 1.000 Checked L-Star 454 Super, 3 miles from Dumba, turn left heading 310, cross Dumba ladder above 4.000 Nervous Clear, clear, dial, L-Star, make 28 right approach L-Star 454, left heading 310, Dumba 4000, above and key at that is 28 right L-Star 454, traffic 10 o'clock, and 3 miles, 3 miles, lead down 5,000 Dumba is by 16,1 DME from... Yeah Trapical Sky, service 6840 Unmanaged L-Star 454 Super, maintain 180 knots until AXML L-Star 454, 180 till AXML To where? AXML 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 Check out you got 8 inchesiff, coming in at a 1 and 6,1 Holds There is no I can't understand what foo you want to do, fly knee no L-Star 454, Huna G continues to beading through the runway, reduce speed Lufthansa 454. Reducing speed 160. 454. 454. Okay, der Kostik, der Gleischen ist auf der Center-Line. 090. 090. 090. 090. 090. 6840. Traffic 11 o'clock in 5 miles westbound 7000. Descending regional jet. Frontway 28 right. 2,500. Traffic to sight. 090. 6840. Maintain middle separation. Turn left heading 360. 090. 090. 090. 090. 090. Flaps free. flaps 3. 3000 Fußitsfenster. Flaps wohl. Flaps voll. Lufthansa 454, Super reduce fire approach speed and contact Tower 120.5, take care. Tensar 454, reducing fat approach, Tower 20.5, check. Landing checklist. Landing all green flaps full. All green flaps full. San Francisco Tower, Lufthansa 454, Super, approaching 28, right. Tensar 454, Super, San Francisco, turn right to right, clear to land, win 280 at 1.5. Tensar 454, clear to land, 28 right. Redwood 342, win 280 at 1.4, runway 1 right, cleared to take off. Cleared to take off, 1 right, Redwood 342. 1,000. Checked. Checked. American 431, left turn, ground 48. Ground ground, 431, take care. Okay, da rollen gerade zwei noch zum Start. That was the 603, 703, left, line up and wait. Line up. 4,000. Cross, one left, cross, one right, hold shorted, 28 left, Hawaiian 11 heavy. Redwood 342, contact, North, how departure. Departure, Redwood 342. So, one, two, golf, traffic off your right, is a 737 north. 300. In sight, one, two, golf. One, two, golf, maintain the separation with a 737. Okay, one, two, golf. 200. Now, plus 432, traffic off your left, is a 737 north. Continue. Cargo has the insight, maintaining the separation, contact, North, how departure. Go to departure, we're looking for a Cardinal South of 430, see ya. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 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 retard. On us, reverse green, BTV. 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 17. 11, contact, four, five, four, super. X, C, Cross, 328 left, then contact, ground, 121.8. Willkommen in San Francisco. Lufthansa 454. Thank you. I'll leave by a way back and cross to 8 left, ground on it. Thank you so much. It is 62 topical in position on 28, wind 28014, runway 1 right, clear. Kapitel Raps und die gesamte Besatzung abschließt sich jetzt. Und we may cross? Yes, cross to 8 left. Yeah. Das ist ein. Die Strecke kennen wir. Ja. Eigentlich geradeaus. Ja. Nur die stehen da. Montags ist Waschstagen bei uns und wir lassen jetzt gerade das Flugzeug waschen. Die stehen da ein bisschen falsch. Hey da steht auch einer. Das geht nicht auf dem Weg. Wir haben unsere Unpark cleaned auf Mondays. Oh, meine 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 meine. Das ist der Nummer auf der Brille. Er ist der Nummer auf der Brille. Ich bin der Nummer auf der Brille. 4 Super, clear to GOLF 101. Lufthansa 454, get GOLF 101. United 885, heavy, hold short of runway 1 left on Foxtrot. Monitor the tower, 120.5. Right side is clear. Mitation, GOLF, Julia, Charlie, hold short of taxiway echo. Redwood's on 856, San Francisco ground, push back your discretion to spot 5 alpha. Part discretion to spot 5 alpha, Redwood's on 956. Skyward 6840, San Francisco ground, taxiway, Kilo, Alpha to the ramp. Go off the ramp, Skyward 6840. Station. Ground Skyward 64, 64 is off at 28L for gate 76, Bravo. Skyward 64, San Francisco ground, taxiway, Bravo Kilo, Alpha to the ramp. Bravo Kilo, Alpha to the ramp, Skyward 64, 64. Schnell 2966, Samstagskill groundtack, B-Alpha, zu der Ramp. B-Alpha, Schnell 2966. Parking, X-Trader-Lights, Parking Brake ist noch an. Checklist completed. Dankeschön. Grounder Cockpit. Good afternoon. Oh, good morning, Rafa. Hallo, boing. Die Chocks werden herangesetzt. Das dauert noch einen kleinen Moment. Ja, okay, dankeschön. Wir haben hier beim Flieger nichts. Das ist gut zu hören. Alles klar, bis gleich. Wir machen ja nichts kaputt. Danke. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der erste Teil unserer Reise. Ich hoffe, er hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben einen sehr schönen Anflug auf San Francisco genossen. Morgen lade ich Sie ein zum Katamaran-Siegeln in der Bay von San Francisco im Hafen und abends ins Cliff House. Sie können sich auf weitere spannende Ereignisse freuen. Sie können sich auf weitere spannende Ereignisse freuen.